heute geht es um ein spork von light my fire den ich bekommen habe da gibt es eine kleine geschichte zu den habe ich mir irgendwann mal gekauft und ja der ist mir dann irgendwann zerbrochen und dann habe ich wir facebook mal light my fire angeschrieben ob es auf dem also ob es da eine garantie-warranty geschichte gibt und habe ich auch prompt eine mail zurückbekommen ich sollte meine e mail adresse beziehungsweise meine adresse angeben und nach zwei tagen oder drei habe ich ein päckchen direkt von light my fire ich glaube das kam ja direkt aus schweden dann war das hier drin und ich dachte weicht also ich dachte erst ich komme bekommene mail und dann heißen ja es ist ein toller artikel allerdings ist er nicht zu teuer und ich dachte dass sie sagen ja bei diesem produkt musst du halt einen neuen kaufen dafür lohnt sich das nicht zu schicken aber denkste und dann haben die mir sogar noch ein brief geschrieben so von wegen hier hast der ersatz und das coole dran ist das kam haben sie gleich eine noch oben drauf getan weil ich hatte vorher eine gelbe und dann haben sie noch eine blaue drauf gelegt für für als ersatz ich musste mich nicht um versand oder sonstiges kümmern eigentlich um gar nichts die haben mir halt zwei neue sports geschickt und diese wie ich finde coole aufbewahrungs dose box und er war hier habe ich so ein bisschen paracord dran gemacht und das ist eine richtig coole ich sag mal kunden betreuung also respekt das ist wirklich vom feinsten da hätte ich echt nicht mit gerechnet und ja das ist ihr kennt ihr sich alle die kostet bei amazon zwei euro oder so und ist glaube ich auch aus diesen bpa freien kunststoff und einmal gabel und löffel und hier so ein sägezahn messer schneide ja und leute das ist eine sehr coole aktion von leidmann feier also wirklich super kundenbindungen und das ding ist natürlich auch irgendwie cool kann man hier mit dem karabiner irgendwie oder ein rucksack tun verschmutzt das nicht ich weiß nicht was man da noch ein machen könnte wohl nichts mehr aber wirklich eine coole sache erst wollte ich mir diese titansburg holen aber habe ich die erst mal angeschrieben und ja wie ihr seht nachfragen kostet nix ok das war der leidmann feier spork in zwei tollen farben plus diesen case aufbewahrungsbox möglichkeit ok übrigens der mod der hip clip night easy hip clip mod ist wirklich top also den drei jetzt das messer einer hose eine woche jetzt mit dem clip und es trägt sich hervorragend also klare kaufe empfehlung für den clip ran machen und da rutscht das messer auch nicht mehr queren die tasche also wirklich nur zu empfehlen dieser clip link hänge ich noch mal drunter wo man den kriegt aber ich glaube der ist momentan noch irgendwie ein bisschen ausverkauft eventuell woanders mal gucken aber wie gesagt lohnt sich definitiv ok ich sag dann jetzt mal tschüss und schaut das nächste mal wieder rein und tschüss ja Untertitelung des ZDF, 2020